Das H0 Modell der Baureihe 243 Epoche IV Der Deutschen Reichsbahn kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel Diese Maschine war in der RBD Halle, BW Leipzig Hauptbahnhof West, beheimatet und trägt das Revisionsdatum 27. Februar 1990 Die E-Lok hat eine gelungene Kopfform ohne überdimensionierte Formtrennkanten Die Ruheposition der Scheibenwischer ist gegenüber der BR 112 geändert Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet Besonders besticht das Modell durch vorbildgerechte Nachbildung der Pantografen Filigrane Dachisolatoren in vorbildlicher Materialstärke Besonderer Blickfang ist das geälzte Dachgitter mit Durchblick zu den nachgebildeten Bremswiderständen Viele extra angesetzte Teile wie Griffstangen, Handläufe, Steckdosen, Luftschläuche, Elektrokupplungen sowie die Pufferbohle im Frontbereich tragen zum perfekten Gesamteindruck des Modells bei Die Drehgestelle sind detailgetreu wiedergegeben Die Lackierung und Bedruckung ist makellos wie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet Die beiden Drehgesteller haben auf je einer Achse einen Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft Die Lokomotive ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX 22 ausgerüstet Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sound-Decoder problemlos möglich Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung Die Schlussbeleuchtung ist extra schaltbar, damit die Lok auch im Wendezugbetrieb eingesetzt werden kann Beim Modell der BR243 kann die Kabinenbeleuchtung separat geschalten werden Die BR243 hat einen Zinkdruckgussrahmen und zeichnet sich durch einen sauberen und leisen Lauf aus Die ausgezeichneten Fahreigenschaften, vor allem auch die extremen Langsam-Fahreigenschaften verdankt die Lok des neuen 5-poligen Motors mit zwei Schwungmassen und sorgen auch für ausgezeichnetes Ausrollen des Modells Die Baureihe 243 gehörte zu den Stützen des Personenzugdienstes bei der Deutschen Reichsbahn und ist heute noch auf dem Deutschen Schienennetz als Baureihe 143 präsent Das Pico-Expert-Modell der Baureihe 243 Epoche 4 lässt sich auf ihrer Anlage universell einsetzen Ob im Wendezugbetrieb von Dostos, Personenzuggarnituren oder Güterzügen Mit dieser E-Lok haben Sie einen robusten Alleskönner und Blickfang auf Ihrer Anlage Mit dieser E-Lok haben Sie einen ho Test auf ihrer Anlage